Vor langer Zeit hat uns diese Kerze mit einem Wunder gesegnet. Unser Haus, unsere Kasita, wurde durch Magie lebendig. Hola, Kasita. Vögel! Schublad! Na los! Als meine Kinder größer wurden... Cecilia, gib mir fünf! ...segnete das Wunder jedes mit einer magischen Gabe. Aha, aha. Ja klar, ich verstehe dich. Ich bin nicht so super stark wie Luisa. Die Esel sind schon wieder ausgebückt. Schon dabei! Oder so mühelos perfekt wie Cendorita Perfecta Isabella. Aber Mama, ach, warum bin ich die Einzige, die keine Gabe bekommen hat? Du bist ganz genauso besonders wie jeder andere in dieser Familie. Du hast meine Hand gerade mit einer Arepa Conquesso geheilt. Kasita? Was passiert hier gerade? Die Magie ist in Gefahr. Wir müssen heraus! Wir müssen unser Zuhause und unsere Familie bespützen. Das ist meine Chance. Ich werde die Magie retten. Moment. Wie rette ich denn die Magie? Eine Gabe! Mirabel, das Schicksal der Familie hängt von dir ab. Ich kann das nicht. Nehmt doch mein Zimmer aus. Die Ratten haben mir gerade alles erzählt. Die nicht essen. Selbst im dunkelsten Moment... ...gibt es Hoffnung, wo man es am wenigsten erwartet. Wow. Viele Stufen. Aber wenigstens habe ich einen Freund. Nein, er fliegt sofort wieder weg. Feigling! In der Kuh. Aber wenigstens habe ich einen Freund. Nein, er fliegt sofort wieder weg. In der Kuh. ... ...